Ja, herzlich willkommen zur heutigen Webkonferenz von Monitative e.V. Das Thema ist heute, passt die Unabhängigkeit noch zur EZB und dem Eurosystem. Und wir begrüßen sehr herzlich Johannes Friesemann. Herr Friesemann ist Jurist und hat 35 Jahre lang als Rechtsanwalt, Beamter, nationaler Experter, Personalvertreter und Gewerkschafter, Manager und Renierberater in der Deutschen Bankenaufsicht bei der EU-Kommission im Europäischen Währungsinstitut und schließlich auch bei der EZB gearbeitet. Das macht ihn natürlich für uns sehr interessant. Heute ist er freie Schaffen tätig. Er hat auch zusammen mit Alfred Eibel ein Buch verfasst, Das Geld gehört uns allen, ist in der Attac-Basistext der Reihe erschienen, ein besonderes Buch. Und heute ist das Thema Unabhängigkeit der Zentralbank und ich möchte zur Einführung kurz zitieren, was in diesem Buch dazu steht. Also, die Wirtschaftsunabhängigkeit der Zentralbank, die zwar weitgehend notwendigen massiven Eingriffe der Zentralbank in das Wirtschaft geschehen, erfolgen in autonomer Entscheidung der Zentralbank-Vorstandsmitglieder. Die Interventionen dienen angeblich dem Ziel der Preisstabilität, hinter dem sich konkret ein Inflationsziel von knapp 2% verfährt, das seit Jahren nicht mehr erreicht wird. Es ist offensichtlich, dass es vor allem um Systemstabilität geht. Diese weder von der Öffentlichkeit diskutierte noch diskutable Zielsetzung ist demokratisch nicht mehr zu akzeptieren. So weit ein Zitat aus Ihrem Buch. Jetzt sind Sie an der Reihe. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Also vorab vielen herzlichen Dank für das Interesse an meinen Gedanken. Vorab die übliche Ansage. Das sind meine Gedanken und allein ich trage die Verantwortung. Die Anregung zu dieser Veranstaltung hat mich zu weiteren Fragen geführt. Und der Titel der Veranstaltung ist ja selbst als Frage formuliert. Sie kann durchaus als gemischte Frage angesehen werden, denn sie ist zugleich eine implizite Aussage. Die Frage, ob die Unabhängigkeit noch passt, sagt aus, dass sie einmal zu EZB und Eurosystem gepasst hat. Und zugleich suggeriert sie, dass sie nicht mehr passt. Genau das kann man heute und sollte man bewegen und offen hinterfragen. Der Name des Vereins Monetative RV des Veranstalters heute Abend enthält dazu auch einen Hinweis, indem er an Gewaltenteilung denken lässt. Legislative, Exekutive, Judikative und dann auch noch Monetative, eine unabhängige Monetative als Gewaltenteilung, als vierte Gewalt im Staat. Das wäre die geldgeberische Gewalt. Ich habe mich auf diesen Titel nun eingelassen und habe es fast bereut, da ich offene Fragen bevorzuge, etwa wie folgt. Wie sollten in einer offenen, dynamischen Gesellschaft Geldschöpfung und Kreditvergabe organisiert und gesteuert werden? Welche Leitprinzipien und Erfolgskriterien sollen Geldschöpfung und Kreditvergabe bestimmen? Das sind die Fragen, die für die Frage nach der Unabhängigkeit der Zentralbank bedeutsam sind. Ich möchte daher mein Referat nach offenen Fragen gliedern, um aus diesen offenen Fragen zu Antwortvorschlägen und Thesen für die Diskussion zu kommen. Und die erste offene Frage ist, inwiefern und warum sind EZB und Eurosystem unabhängig? Die Unabhängigkeit von EZB und Eurosystem ist allgemein bekannter als die Bedeutung des Wortes Eurosystem. Die Verständigung unter uns EuropäerInnen ist nicht nur durch die Vielfalt unserer Sprachen, sondern auch durch die terminologische Verzwicktheit der Rechtssprache des europäischen Einigungsprozesses nicht immer leicht. Wir glauben alle, die EZB zu kennen, es ist die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt und mit ihrer Präsidentin Christine Lagarde. Rechtlich aber ist die Europäische Zentralbank nicht die europäische, kleingeschrieben Zentralbank, sondern sie ist nur eine Rechtsperson des Eurosystems. Sie steht im Eigentum der Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten, die den Euro als Währung haben. Und unsere Zentralbank ist eben dieses Eurosystem, von der die EZB nur ein einzelner Teil ist, und zwar eigentlich ein Nachgeordneter, obwohl er nach außen als Übergeordneter erscheint. Ich werde in diesem Referat vom Eurosystem sprechen, als unserer Zentralbank und gelegentlich von den Zentralbanken des Eurosystems. Das Narrativ der Unabhängigkeit unserer Zentralbank geht auf eine politökonomische Annahme zurück, die einfach ausgedrückt, meines Erachtens so lautet, haben gewählte PolitikerInnen die Macht über die Geldschöpfung, führt das mit hoher Wahrscheinlichkeit oder unweigerlich zu Inflation, da diese der Versuchung nicht widerstünden, wohlfeile Wahlgeschenke mit der Notenpresse zu finanzieren. Es ist deshalb besser, die Geldschöpfung in die Hände von unabhängigen ExpertInnen, pardon, es waren ausschließlich Experten, die das System schufen. Mir ist keine Mutter des Euro bekannt, bisher jedenfalls nicht. Also in die Hände von ExpertInnen zu geben. Ich möchte es nicht weiter diskutieren, halte diese Annahme aber für durchaus angreifbar. Letztlich gesagt sie, dass die Demokratie PolitikerInnen und keine StaatslenkerInnen hervorbringt. Da Erstere an die nächste Wahl, Letztere an die nächsten Generationen denken. Konsequenterweise sollte man dann eher die politische Ordnung selbst hinterfragen, als eine unabhängige Institution schaffen. Wie dem auch sei, das Narrativ von der durch die Druckerpresse verführbaren PolitikerInnen antwortet auf das Warum der Unabhängigkeit generell. Bei der Gründung unserer Zentralbank haben zusätzlich die Abwesenheit einer politischen Union und sicher eine gute Portion Misstrauen in die Solidität der Geldpolitik der verschiedenen potenziellen Teilnehmerstaaten der noch zu schaffenden Währungsunion eine Rolle für die Wahl und Gestalt der Unabhängigkeit gespielt. Inwiefern ist diese Zentralbank denn nun unabhängig? Das ist in Artikel 130 des AEUV, des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in Artikel 7 der Satzung des ESZB, noch ein Terminus, und der EZB geregelt. Diese verbieten es ihr, der EZB, und ihren Beschlussorganen von politischen MandatsträgerInnen Weisungen einzuholen oder entgegenzunehmen. Zugleich sind alle politischen Organe verpflichtet, das zu beachten und nicht zu versuchen, unsere Zentralbank bei der Ausübung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. Die Stoßrichtung der Unabhängigkeit ist klar, keine Einflussnahme der Politik auf die Zentralbank. Sichergestellt wird dies durch personelle Unabhängigkeit der Mitglieder der Beschlussorgane und personelle Unabhängigkeit unserer Zentralbank und finanzielle Unabhängigkeit. Was oft vergessen wird, ist, dass dieses Prinzip eine Einbahnstraße ist. Unser Recht verbietet es unserer Zentralbank nicht, ihrerseits in politischen Instanzen Ratschläge zu geben. Das ist in Fragen des Geld- und Währungswesens sogar ausdrücklich vorgesehen. Es ist auch kritisch angemerkt und wurde bitter diskutiert, dass unsere Zentralbank politisch bedeutsame Einflussnahme im Rahmen der Euro-Krise durch ihre Geldpolitik formuliert hat. Konditionalitäten für weitere Finanzhilfen. Was zudem meines Erachtens ebenfalls in den Blick genommen werden muss, ist, dass sowohl Politik als auch Zentralbank durchaus anderen Einflussnahmen als nur denen der Mehrheit der BürgerInnen unterliegen. So wird die Einflussnahme des Finanzsektors auf unsere Zentralbank kritisch gesehen. Auch dazu unten mehr. Als Zwischenfazit halte ich fest, dass die Unabhängigkeit der Geldschöpfungsinstanz für unsere Währung von politischer Einflussnahme auf einem grundsätzlichen Misstrauen in die langfristige und gemeinwohlorientierte Entscheidung politischer EntscheidungsträgerInnen beruht. Zugleich fehlt in unserem Ordnungskonzept eine Regelung potenzieller Interessenkonflikte zwischen öffentlicher und privater Geldschöpfung. Das heißt, eine eventuelle Problematik der Unabhängigkeit oder Abhängigkeiten der Zentralbank vom Finanzsektor. Diese ist nicht primärrechtlich geregelt. Ein weiterer Aspekt, der die Unabhängigkeit einer Zentralbank betrifft, ergibt sich aus der Faktizität unseres Weltwährungssystems. In einer globalisierten Wirtschaft mit einer Vielzahl von Währungen haben die Aktionen der einzelnen Zentralbanken Auswirkungen auf Währung und Wirtschaft der anderen Zentralbanken. Ich erinnere nur an Corneli, den Staatssekretär 1971, der sagte, our currency, your problem. Damals wurde der Goldstandard abgeschafft. Meine nächste offene Frage ist folgende. Welche expliziten Ziele, Leitprinzipien und Erfolgskriterien liegen der Organisation der Geldschöpfung und Kreditleinigung für uns im Eurosystem heute zugrunde? Und was ist implizit vorausgesetzt? Das Primärrecht der AEUV setzt unserer Zentralbank das primäre Ziel der Wahrung der Preisstabilität. Für die Preisstabilität nimmt der Vertrag an, dass sie mit einer gewissen Inflationsrate verbunden ist. Die EZB ist also de facto befugt, diese Höhe der Inflationsrate und das Vorliegen der Preisstabilität im Detail selbst zu bestimmen. Sie hat das getan und zielt auf eine jährliche Inflationsrate von nahe an, aber unter 2%. Dass die unabhängige Zentralbank befugt, ist die Erfolgskriterien ihrer eigenen Geldpolitik zu bestimmen, ist bemerkenswert. Man erwartet für unabhängige Institutionen eine gewisse obergesetzliche Gebundenheit und Leitung. Sofern ist dieses Ziel der Preisstabilität nicht gefährdet, unterstützt unsere Zentralbank die allgemeine Wirtschaftspolitik der Union, um zur Verwirklichung der festgelegten Unionsziele beizutragen. Diese Ziele beinhalten eine nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums. Also sie kann sich zweifach legitimieren, einerseits durch Preisstabilität und andererseits durch nachhaltige Entwicklung und Wirtschaftswachstum, sofern es ausgewogen ist. Als Leitlinie für ihr Handeln setzt der Vertrag den Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird. Zur Zielverwirklichung sind unserer Zentralbank folgende Aufgaben zugewiesen. Festlegen und Durchführen der Geldpolitik, Durchführen der Gewiesengeschäfte, Halten und Verwalten der Währungsreserven und Fördern des reibungslosen Funktionierendes der Zahlungssysteme. Das sind die grundlegenden Aufgaben unserer Zentralbank. Und auf diese generischen Zentralbankaufgaben zielt die oben erwähnte Begründung der Unabhängigkeit der Zentralbank, insbesondere natürlich auf die Geldpolitik. 2013-14 sind der EZB mit der Schaffung des einheitlichen Aufsichtsmechanismus zudem umfangreiche Aufgaben in der Bankenaufsicht übertragen worden. Da für die Bankenaufsicht die Begründung für die Unabhängigkeit nicht einschlägig ist, handelt man in Europa eine interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Zentralbank aus. Diese Vereinbarung soll die EZB im Rahmen der Bankenaufsicht intensiverer parlamentarischer Kontrolle unterwerfen, als das für die geldpolitischen Aufgaben der Fall ist. Bankenaufsicht ist zumindest in Deutschland eine gewerbepolizeiliche, hoheitliche Aufgabe, und zwar eine Verwaltungsaufgabe unter Verantwortung der Politik, wie sich derzeit einmal mehr an den Beispielen Wirecard und Greensill zeigt. Die Frage der Verbindung von Geldpolitik und Bankenaufsicht hat im Hinblick auf potenzielle Interessenkonflikte Bedeutung. Was die Bankenaufsicht falsch macht, deckt die Geldpolitik zu, ist ein kühner Spruch. Dies wird seit langem intensiv und mit unterschiedlichen organisatorischen Lösungsvorschlägen diskutiert. Für unser Thema ist das selbstverständlich bedeutsam. Für das Zusammenspiel unserer Zentralbank mit den Banken sieht das Primärrecht vor, dass sie Konten für Kreditinstitute, öffentliche Stellen und andere Marktteilnehmer öffnen kann. Sie kann ebenfalls gegen ausreichende Sicherheiten Kredite an Kreditinstitute und andere Marktteilnehmer ausgeben und sogenannte Offenmarktgeschäfte in Forderungen, Wertpapieren und Edelmetallen durchführen. Das heißt, sie kann Staatsanleihen und Unternehmensanleihen durchaus kaufen am offenen Markt. Nur implizit geregelt ist, dass die Kreditvergabe und damit Geldschöpfung in den Händen der Kreditinstitute liegt. Die Rollenverteilung zwischen unserer Zentralbank und den Banken ist daher die, dass Banken und Finanzmarktteilnehmer die Entscheidungsträger für die Vergabe der Kredite sind. Die Zentralbank stellt ihnen die notwendige Refinanzierung, aber leitet sie nicht in ihren Konditionen zu gewissen Krediten, aber sie stellt ihnen halt das notwendige Zentralbankgeld zur Verfügung. Eine besondere Rolle spielt dabei die Festlegung der zulässigen Sicherheiten gegen die, die die Zentralbank überhaupt nur Kredite an die Banken vergeben darf. Diese Sicherheiten sind im Zuge der Gründung unserer Zentralbank erheblich gegenüber den Sicherheiten erweitert worden, die für die Bundesbank zulässig waren und sind im Zuge der Geldpolitik auch weiter erweitert worden. Das heißt, der Spielraum für Kreditvergaben ist ganz massiv über die letzten 20 bis 25 Jahre gestiegen. Das Modell sieht vor, dass es vollkommen dem Markt überlassen ist, den Kredit zu lenken. Dies ist eine ganz bedeutsame Entscheidung, die allerdings wenig diskutiert wird. Zu wenig, finde ich. Es gibt durchaus Modelle, in denen Zentralbanken direkten Einfluss auf die Kreditversorgung verschiedener Wirtschaftssektoren genommen haben. Sogenanntes Credit Rationing, Zuteilung von Kreditquoten an Banken für spezielle Finanzierungszwecke. Die von unserer Zentralbank geschaffene Refinanzierung war zweckneutral. Sie ist es nicht mehr ausschließlich, dazu unten mehr. Weiterhin implizit ist die Annahme, dass unsere Bilanzierungsregeln in der Währung und die Messung wirtschaftlichen Erfolgs in Geldeinheiten aufgrund dieser Bilanzierungsregeln die Kreditallokation und damit auch die Sicherheiten korrekt bewerten, die die Zentralbank für die Refinanzierung hereinnehmt. Eine weitere Regel unseres Währungs- und Geldwesens, die ebenfalls impliziert ist, ist die, dass unsere Zentralbank und Banken in der Verteilung des gesetzlichen Zahlungsmittels kooperieren. Banken erhalten von der Zentralbank die Banknoten und Münzen, die der Staat ausgibt und bringen sie in Umlauf. Die Kosten des Notendrucks trägt die Zentralbank. Die Kosten der Bargeldzirkulation sind im System verteilt. Auf Banken, Kundinnen, Anbieterinnen etc. Diese Kostenverteilung ist nur implizit geregelt und hat über die letzten Jahre, über die letzten Dekaden einige Änderungen erlebt. Dazu unten mehr. Als Ausfluss ihrer Unabhängigkeit und ganz im Sinne von deren Begründung ist unserer Zentralbank es verboten, Kredite an Staaten oder öffentliche Stellen zu geben. Staaten und öffentliche Stellen müssen sich dem Test ihrer Bonität, ihrer Kreditqualität am Markt stellen. Die Heterogenität der Bonität der Länder des Euroraums hat allerdings dazu geführt, dass unsere Zentralbank de facto durch Ankäufe von Staatsanleihen auf diesen Markttest Einfluss nimmt. Um Ausmaß und Begründung dieser Einflussnahme im Lichte des Verbots der direkten Staatsfinanzierung dreht sich im Kern der Streit zwischen dem EuGH und dem Bundesverfassungsgericht in den Sachen Ankaufsprogramme. Dieser Streit ist ja mittlerweile beigelegt. Meine dritte offene Frage ist, das noch in der Titelfrage. Welche Entscheidungen, in welche Entwicklungen kann man denn jetzt beobachten, die den Status quo der Unabhängigkeit infrage stellen? Und hier komme ich mit einigen Einzelpunkten zur Debatte. Ich möchte eine Reihe von Entwicklungen aufzeigen, die den Status quo der Unabhängigkeit in verschiedener Form infrage stellen könnten und Debatten oder gar Risiken mit sich bringen für die Unabhängigkeit und die Zentralbank als solche. Ich verstehe das als Nachdenkangebote und hoffe gespannt auf erhellende Einwände. Erstens, wie viel nachhaltige Entwicklung und ausgewogenes Wachstum können wir uns ökologisch leisten? Unsere Zentralbank refinanziert Staaten über den Sekundärmarkt, versteht sich, Banken und letztlich Finanzmärkte und Vermögenswerte. Ihre Bilanz ist durch die große Finanzkrise 2008 folgende und jüngst durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie-Auswirkungen gewaltig gewachsen. Die Regelung und Überzeugung ist und sind, dass private Akteure und Märkte Ressourcen effizienter allocieren, verteilen als öffentliche Akteure. Die Überzeugung ist, dass ausgewogenes Wachstum und nachhaltige Entwicklung möglich sind. Diese Ziele haben wir uns politisch gesetzt. Das Narrativ ist, dass wir mit einem Green Deal, mit der Finanzierung eines ökologischen Umbaus unserer Wirtschaft und ihrer Infrastrukturen ohne Änderung unserer Ziele innerhalb der planetaren Grenzen des Wachstums bleiben können und Frieden und Wohlstand für alle durch einen wachsenden grünen Kuchen sichern können. Dieses gesellschaftliche Oberziel, Artikel 3 des EU-Vertrages und die daraus folgende Ordnung werden infrage gestellt und damit auch das Sekundärziel der unabhängigen Zentralbank durch zum Beispiel eine Steady-State-Economy, eine Degrowth-Economy. Diese dürften, wenn sie sich durchsetzen, im Diskurs der Unabhängigkeit der Zentralbank sowie den wirtschaftlichen Akteuren andere gesetzlichen Oberziele setzen. Ein zweiter Punkt, eine zweite Entwicklung. Wie rechtfertigen sich die Kosten des Umwegs der öffentlichen Finanzierung der Staaten, nämlich über Märkte? Das oben genannte Narrativ zur Unabhängigkeit der Zentralbank bietet die Rechtfertigung des Verbots der direkten Staatsfinanzierung. Die in der Tat umfangreichen Käufe von Staatspapieren legen durchaus die Frage nahe, ob der Markttest noch glaubwürdig ist und ob hier nicht ein gelindes Einsparpotenzial an Arbeit und Gebühren durch direkte Finanzierung besteht. Dieses Potenzial halte ich persönlich für gering und nicht ausreichend als Grund für die Abschaffung eines primärrechtlichen Grundsatzes der Unabhängigkeit. Weitergehende Argumente finden sich wohl eher in der heterodoxen Ökonomik, etwa der sogenannten Modern Monetary Theory, die nicht nur die Rechtfertigung dieses Umwegs infrage stellt, sondern gerade heraus dem Fiskus, das Primat in Geldingen zuspricht. Wenn ich es recht verstehe, fokussiert die Modern Monetary Theory auf die Monopolstellung des Staates für die Steuererhebung und den Vorrang der fiskalischen Geldschöpfung und Limitierung seiner allenfalls drohenden Inflation durch Steuererhebung. Der Staat könnte durch fiskalische Ausgaben und Investitionen Vollbeschäftigung schaffen und Inflation durch Besteuerung ebenfalls wieder dämpfen. Ob die MMT in Wissenschaft und letztlich Politik bestimmend wird, vermag ich natürlich nicht abzuschätzen. In unserem Zusammenhang bleibt festzuhalten, dass Ihre AnhängerInnen offenbar klar für ein Primat der Fiskalpolitik und damit der Politik sind und damit einer Unabhängigkeit der Zentralbank von der Politik ein Ende bereiten würden. Eine dritte Entwicklung, die Fragen zur Unabhängigkeit unserer Zentralbank bringen, ist ein ganzes Bündel von Dingen. Ich halte es für ein alarmierendes Signal, dass für die kommende Bundestagswahl eine Partei antritt, die für den Austritt Deutschlands aus der EU eintritt. Die EU steht für mich, für friedliche, demokratische Kooperation. Sie ist bei weitem nicht so organisiert, wie ich mir das wünschen würde. Aber ein Rückschritt in nationale Eigenbrötlerei ziehe ich eindeutig eine ausdauernde, geduldige Arbeit an einer Verbesserung der EU und soweit notwendig auch unserer Zentralbank vor. Dies vorausgeschickt sehe ich eine ganze Menge von Entwicklungen, die wir alle und diese Bank zu meistern haben und in denen die Frage nach ihrer Unabhängigkeit zumindest in dem Sinne gestellt werden kann, ob sie das Vertrauen in unsere Zentralbank gefährden können. Ich komme noch mal zur Klimakrise, zur ökologischen Krise. Als ersten Punkt. Es dürfte unbestritten sein, dass die Klimakrise existiert und menschengemacht ist. Sie fordert meines Erachtens fundamentales Umdenken auch und besonders für das Finanzwesen. Unsere Zentralbank beginnt, dies zu begreifen und nicht nur sie. Es gibt ein Network for Greening the Financial System. Sowohl die EZB als auch die Deutsche Bundesbank sind dort Mitglied. Weltweit beteiligen sich sowohl Zentralbanken als auch Finanzaussichtsbehörden an dieser Initiative. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich werde diesen Vortrag auch ausgedruckt zur Verfügung stellen. Liedergeschrieben und da sind Links zu diesen Netzwerken und dergleichen eingefügt. Ich sehe diese Initiative positiv. Sie wirft aber die Frage nach dem politischen Mandat auf. Die Beantwortung liegt in der Aufgabe und Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der Union. Die Bundesbank sagt schlichtweg und auch die EZB, es ist ein Ziel der EU, die Wirtschaft mit einem Green Deal auf die Klimarisiken und Beantwortung der Klimarisiken hinzulenken. Aktionen und Transaktionen unserer Zentralbank im Sinne eines klimagerechtigen Finanzsystems wären allerdings ein Abschied von der bisherigen impliziten Regel, dass ökonomischer Erfolg durch Bilanzierung in Euro korrekt bemessen ist und die Refinanzierung des Finanzsystems unabhängig vom Zweck der Mittelverwendung geschieht. Klimawandel und die damit verbundenen Risiken sind ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Markt versagt, kann und muss die Politik gegensteuern, kann sie es etwa besser. Nächster Punkt, eine weitere Entwicklung hinsichtlich der Unabhängigkeit ist eindeutig die große Finanzkrise und Entwicklung im Banken- und Finanzsektor. Die große Finanzkrise und der stetige Fluss von Meldungen über Bilanzskandale, Geldwäsche, politische Einflussnahme des Finanzsektors beeinflussen letztlich auch Ruf und Glaubwürdigkeit unserer Zentralbank, beschädigen das Vertrauen in unser Geld und Teile der dort herrschenden Eliten und deren Wertorientierung. Sie beschädigen zugleich die Glaubwürdigkeit unseres politischen Systems, wenn sich herausstellt, dass die Einflussnahme privater Partikularinteressen auf den politischen Entscheidungsprozess geduldet wird. Da unsere Zentralbank zugleich Bankaufsichtsbehörde ist, werden Skandale, werden das Versagen der überaus komplexen, wenn nicht überkomplexen und löchrigen Bankaufsichtsregeln, an deren Abfassung in Basel die Zentralbanken maßgeblich beteiligt sind, ihre Spuren hinterlassen. Eine eher fundamentale und die Unabhängigkeit unserer Zentralbank eher noch bestärkende Antwort auf diese Negativbeispiele, sowie die Problematik, dass unser Geld grundsätzlich auf Kredit und damit auf Schuldverhältnissen beruht, ist, wenn ich das recht verstehe, der Vorschlag, Vollgeld einzuführen, wie es die Monetative vorschlägt. Die Depositen der KundInnen bei den Banken würden zu Zentralbankgeld und dieses würde als Aktivum der Zentralbank verbucht und durch öffentliche Ausgaben in Umlauf gebracht. Allein die Zentralbank könnte neues Geld schöpfen und nicht mehr die Banken durch ihre Kreditvergabe und sonstigen bilanzwirksamen Geschäfte. Das heißt für diesen Vorschlag, dass die Banken nach einer solchen Vollgeldreform nur noch von ihnen eingeworbenes oder eigenes Geld verleihen könnten und insofern genau das wären, was sie zu sein vorgeben, nämlich Finanzintermediäre. Dieses wäre wiederum ein Vorschlag, der eine maßgebliche Erhöhung der Unabhängigkeit und Macht der Zentralbank versus privaten Banken erhöhen würde, meines Erachtens. Ein weiterer Punkt, der meines Erachtens die Unabhängigkeit der Zentralbank und ihre Glaubwürdigkeit gefährdet, ist der kontinuierliche Abwärtstrend des Zinses. Die Menschen haben eine tief verwurzelte Überzeugung, dass verliehenes Geld unbedingt positive Zinsen einbringen muss. Dies ist ein auch vom Finanzsektor gehegter Glaube und ein Versprechen. Dabei kann dies nur geschehen, wenn das Geld sinnvoll und nachhaltig angelegt und tatsächlich wertschöpfend wirkt. Die Erzielung satter Gewinne aus Geldinvestitionen ist in einer hochentwickelt, saturierten, alternden Industriegesellschaft mit hoher Sparquote tendenziell schwieriger als in Zeiten räuberischen Kolonialimperialismus, um es mal drastisch auszusprechen. Zudem sind wir sozusagen bereits ökologisch hoch verschuldet, die Kosten der Klimarisiken und der ökologischen Verluste an Diversität schlagen eben auch zu Buche. Dementsprechend und nicht nur oder nicht überhaupt nicht durch die Zinspolitik unserer Zentralbank sind die realen Zinsen seit Längerem im Sinkflug. Im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit unserer Zentralbank möchte ich darauf hinweisen, dass die tief verwurzelte Überzeugung, dass Geld Geld erbringen muss, auch ihren Ursprung in der Geldillusion hat. Das derzeitige Zinsniveau zerstört allerdings das Spiel mit der Geldillusion. Und das kann sich sehr negativ auf das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit des gesamten Sektors auswirken. Nach wie vor kennt kaum jemand unter den normalen BürgerInnen den Unterschied zwischen nominal und Realzins. Dabei ist das schrecklich einfach. Eine 100-Euro-Note sagt ständig, dass sie 100 Euro ist, bis in alle Ewigkeit. Unsere Zentralbank sagt aber zugleich, sie verliert jedes Jahr an 2% Kaufkraft. Nach zehn Jahren ist die 100-Euro-Note in Kaufkraft eine 82-Euro-Note. Diese Geldillusion und die Erwartung, dass Geld Zinsen bringt, sind in der derzeitigen ökologischen und ökonomischen Lage, in der wir sind, ein absolutes Problem für die Glaubwürdigkeit unseres Geldwesens und auch unserer Banken und Zentralbanken. Die Reaktion des deutschen Michels, dem die Zipfelmütze über die Augen rutscht, ist, wir wollen unsere gute alte Bubar wieder haben und das Sparbuch mit 4% Zinsen. Das gibt es heute nicht mehr, ist aber eine Frage für die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit unserer Zentralbank. Ein weiterer Punkt, soziale Krisen und gesellschaftliche Ungleichheit. Die Niedriginflations- und Zinsphase führt und manche behaupten, verschärft zu einem Prozess, dass überschüssiges Geld vorrangig in Sachwerte, Immobilien, Aktien und in letzter Zeit Cryptoassets oder gar NFTs, non-financial tokens investiert wird. Ob dies zu einer oder mehreren gefährlichen Blasen führt, wird ebenso diskutiert wie eine weitere Verstärkung der Umverteilungs- und Vermögenskonzentrationsprozesse durch die niedrigen Zinsen. So sind Immobilienpreise und Mieten vielfach gestiegen. Diese Problematik lag allerdings meines Erachtens auch schon zu Hochzinszeiten vor. Es ist schlicht eine Frage der Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit, die man im Zweifel dem System als solchen, aber damit nicht der Zentralbank anlasten kann. Allerdings wirkt sich die Ungleichheit sehr negativ auf alle Bereiche menschlichen Zusammenlebens aus. Von den europäischen Idealen der Geschwisterlichkeit oder der Einigkeit ist im realen Europa noch nicht furchtbar viel verwirklicht. Ich lasse mich hier gern weiter belehren. Weiterer Punkt. Schiff des Zentrums kapitalistischer Renteneinkünfte vom Finanzsektor in die Informationstechnologie und Massenmanipulation. Diese Überschrift für diesen Punkt habe ich absichtlich überspitzt formuliert. Sie ist auch ziemlich weit hergeholt und zunächst nicht unmittelbar einsichtigt. Betrachtet man jedoch die Erträge des Finanzsektors im Vergleich zu denen des Sektors, den Shoshana Suboff zutreffend als Überwachungskapitalismus bezeichnet, Google, Amazon, Apple, Facebook. So lässt sich nicht ausschließen, dass wir in einem Systemwandel uns befinden, dass wir mit unseren politischen Eliten, mit der von den politischen Eliten vorangetriebenen Digitalisierung in einem vollkommen anderen wirtschaftlichen Kontext geraten. Die Bestrebung, digitale, nichtstaatliche Währung ins Leben zu rufen, das ist ein Widerspruch in sich für mich, die nichtstaatliche Währung, und die vielfältige vorauseilende Bemühung um ihre offizieße Regulierung durch die EU-Kommission, Mika-Verordnungsentwurf, sind unter Umständen erste Schritte zum Abschied vom staatlichen Geld. Das Urteil des EuGH im Bargeldprozess zur Funktion des gesetzlichen Zahlungsmittels im Eurogebiet stärkt ebenfalls nicht das Vertrauen in eine schlagkräftige Unterstützung unserer Zentralbank durch Legislative und Judikative. Es gibt auch strukturelle Argumente und eigene Aktionen der Zentralbank, die mit ihrer Unabhängigkeit durchaus in Konflikt geraten können. Die Kombination von Geldpolitik und Bankenaufsicht sehe ich als Gefährdungspotenzial für die Unabhängigkeit der Zentralbank. Wie bereits ausgeführt, liegen in dieser Kombination Interessenkonflikte. Kommt es zu einer Pleite, ist die Bankenaufsicht immer die Verliererin, geht alles gut, wird sie sicherlich als Verursacher eines florierenden Banksektors gesehen. Bankenaufsicht ist ein Lose-Lose-Job. Ich denke, die Kombination von Bankenaufsicht und Geldpolitik ist eine der Unabhängigkeit unzuträgliche Kombination. Die Selbstbestimmung in der Zielvorgabe Inflation habe ich schon angesprochen. Ein meines Erachtens demokratisch fragwürdiger Aspekt unserer Währungsordnung ist ihre Festlegung auf Inflation als Zielvorgabe ohnehin. Es sind durch aus anderen Lösungen des Deflationsrisikos denkbar als eine gesetzliche Festlegung auf stabile Preise im Sinne eines stetigen Preisverfalls. Dass zudem die EU wegen des hochkomplexen Verfahrens der Vertragsänderung als Primärgesetzgeber kaum rasche Korrekturen an ihrer Währungsordnung vornehmen kann, erscheint mir als ein konstitutionelles Problem. Die deutsche Verfassung war da geschmeidiger. Der Bundesgesetzgeber konnte die Ziele und Unabhängigkeit oder Abhängigkeit der Bundesbank per Gesetzgebung, einfacher Gesetzgebung ändern. Die exzessive Auslegung der EZB ihrer eigenen Unabhängigkeit und ihr politisches Tätigwerden kann ebenfalls ihre Unabhängigkeit in der Öffentlichkeit herabsetzen, jedenfalls in der Akzeptanz. Was haben wir da für Beispiele? Die EZB musste bereits durch einen Prozess davon überzeugt werden, dass die Antikorruptionsbehörde der Union auch für sie zuständig ist. Nicht akzeptabel ist zugleich, dass der Primärgesetzgeber ihr eine vollkommene Unabhängigkeit und Flexibilität in der Gestaltung der Rechtsfragen ihres Personals inklusive des kollektiven Arbeitsrechts, Sozialrechts und Disziplinarie zugestanden hat. Sie hat sich damit aus dem Kreis des Europäischen Öffentlichen Dienstes ausgeklickt. Das ist mit ihrer Unabhängigkeit schlicht nicht vereinbar in meinen Augen. Ich habe auch darauf bereits hingewiesen, dass ursprünglich die Refinanzierung zweckgebunden war. Die oben beschriebene Arbeit an Greening des Finanzsektors ist meines Erachtens durchaus ein legitimierbarer Schritt. Es ist aber im Hinblick auf die Legitimität und das Überschreiten der Grenze zur Fiskalpolitik eine absolut fragwürdige Sache, ob die EZB in ihren TLTRO-Operationen Banken Kredite in großem Umfang zu Zinssätzen von minus 1% vergeben kann. Das heißt, direkte Subventionen auf Kosten ihrer Bilanz machen kann. Ist das nicht schon Fiskalpolitik? Ebenfalls in den politischen Bereich hinein geht die Initiative, eventuell ein digitales Zentralbankgeld zu schaffen. Dieses würde erstmalig den BürgerInnen elektronisch transferierbares Geld zur Verfügung stellen. Da ein solcher Schritt allerdings erhebliche Auswirkungen auf das physische Bargeld und den Bankensektor entfalten kann, ist der Primärgesetzgeber gefordert, dieses Vorhaben zu legitimieren. Seine Einführung auf der Basis einer schwachen politischen Legitimation dürfte in weiten Kreisen der Bevölkerung, die mit dem Projekt unter Umständen Angst vor Negativzinsen und den Verlust der Privatheit in Finanzdingen verbindet, nicht willkommen sein. Hier kommt auf unsere Zentralbank und unsere GesetzgeberInnen wahrhaft delikate Arbeit zu. Um dieses im Grunde wohl unumgängliche Projekt glücklich und legitim und fair zu gestalten. Ich komme zum Fazit. Passt die Unabhängigkeit noch zu unserer Zentralbank? Wenn nein, welche Änderungen wären denkbar und wie wären sie umsetzbar? Das ist eine Frage an die ZuhörerInnen, an uns alle, an den politischen Diskurs. Überzeugte AnhängerInnen einer Vollgeldreform haben sicher andere Antworten als öko-linke, basisdemokratisch orientierte Menschen. Ich hoffe, dass ich einige Punkte aufgezeigt habe, die das nachdenkenswert sind. Ich persönlich befürworte in der Tat eine Stärkung der demokratischen Legitimation und Kontrolle unserer Zentralbank. Insbesondere das Bargeld ist, wie Julian Eibl in seinem Buch Privatheit durch Bargeld zurecht argumentiert, in vieler Hinsicht grundrechtsrelevant. Es schafft allerdings durch die Nullzinsgrenze prinzipiell dysfunktionale Effekte. Die Verbindung der Zahlungsmittelfunktion mit der Wertspeicherfunktion in der Banknote und übrigens auch in der Sichteinlage schafft potenzielle Risiken für unsere Zentralbank und Banken. Erratisches Horten und Enthorten können den Kreislauf stören. Im Grunde sollten wir für die Möglichkeit des Bezahlens mit Banknoten bezahlen. So wertschöpfend halte ich diese Erfindung. Es ist uns kaum bewusst, dass die Nullzinsen eben auch dazu führen, dass unsere Zentralbank und die Banken mit der Bargeldzirkulation mit dem beliebten Instrument der gedruckten Freiheit derzeit Verluste machen. Dennoch darf das Bargeld nicht verschwinden und darf die Anonymität, die es bietet, nicht ersatzlos zugunsten einer stets reprogrammierbaren Privatheit eines elektronischen Euro aufgegeben werden. Falls das Primärrecht angefasst werden sollte, wäre eine Neuorientierung unserer Wirtschaftsziele am Platz. Eine Betrennung von der Bankenaufsicht täte wohl auch gut. Ebenso eine Eingliederung des Personals der Zentralbank in einen auf Grundrechte und Freiheiten auf der Basis einer demokratisch legitimierten Verfassung eingeschworenen öffentlichen Dienst wäre wünschenswert. Noch fundamentaler stellt sich die Frage nach dem tragbaren Grad der Dynamik unseres Wirtschaftens, die sich in der Klimakrise manifestiert. Ich sehe unsere Zentralbank auf dem Weg in Richtung Kreditlenkung. Hier sehe ich Bedarf für eine strukturelle Stärkung ihrer demokratischen und wissenschaftlichen Legitimation. Eine Erweiterung der Entscheidungsgremien um BürgerInnen und ein wissenschaftlicher Beirat mit Vetorecht wären denkbare Schritte für mich. Der notwendige Wandel muss durch eine bessere Bilanzierung und ein umfassenderes Berichtswesen und Bewertungen begleitet werden, die die ökologischen und sozialen Kosten der Unternehmenstätigkeit erfassen und bewerten. Das darf sich nicht auf Greenwashing beschränken. Ich habe Sie hinreichend beansprucht mit meinem Vortrag. Es hat doch länger gedauert als gedacht. Ja, gut Dinge, wir Weile haben, würde ich sagen. An dieser Stelle vielen Dank, Herr Priesemann, für die sowohl sehr spannende und auch klare Analyse und auch Auswege. Und damit würde ich auch direkt zu den Fragen übergehen wollen. Wie gesagt, alle Teilnehmer können sich selber entstummen. Bitte davon sorgsam Gebrauch machen. Erste Frage würde ich an Klaus übergeben. Ja, vielen Dank. Wir haben geschildert, Unabhängigkeit von der Politik und haben die Frage gestellt, ist die EZB unabhängig von den Finanzinstitutionen? Können Sie dazu ein bisschen was erzählen? Wir sind ja lange dabei gewesen. Was gibt es da für Entwicklungen? Naja, also ein klassisches Beispiel wurde ganz hart gerügt. Die Präsenz des, ja, sowohl von Herrn Trichet als auch von Herrn Draghi in der sogenannten G30er-Gruppe. Die G30er-Gruppe ist eben ein Forum zwischen Zentralbankentscheidern und Privatbänkern. Und zwar nicht Privatbänkern aus der Sparkasse Mainfranken oder dergleichen, sondern große Privatbänkern. Die sich regelmäßig treffen, um sich auszutauschen. Das ist ein Kritikpunkt, dem ein Riegel vorgeschoben werden müsste. Das ging bis zur europäischen Ombudsfrau. Die europäische Ombudsfrau hat klar gesagt, lieber Herr Draghi, scheiden Sie da bitte aus. Das ist aber nicht geschehen. Es gibt andere Beispiele, die ganz klar zeigen, dass die Zentralbank auch aus der Geschichte heraus die Bank der Banken vorrangig ist und nicht die Bank der BürgerInnen. Geld regiert die Welt. Man muss sich das ja historisch auch betrachten. Die reichen Finanziers haben sich die Staaten gekauft und mit Kriegen spekuliert. Und dann war die Rendite halt, wenn das gut gelaufen ist, die Plünderung eines anderen Staates oder die Unterjochung einer anderen Ethnie. Und wir sind bei Weitem noch nicht in einem Geldsystem, das die Interessen der Allgemeinheit und der kleinen Mann und der kleinen Frau in den Vordergrund stellt. Wenn etwas schief geht im Finanzsektor, dann bügelt das die Zentralbank mit unserem Geld aus. Und die Aktionäre kommen ungeschoren davon. Das sind für mich einfach unhaltbare Zustände. Gut, wir sind bei der nächsten Frage. Die kam in der Reihenfolge von Stefan Ochsenfurt und dann auch an alle anderen Teilnehmer der Hinweis, wer eine Frage, eine Wortmeldung an unseren Experten hat, einfach bitte im Chat kurz ankündigen. Stefan? Ansonsten würde ich sagen, eher eine organisatorische Frage von Ralf Knobloch. Die greife ich mal kurz selber auf. Wann und wo und auf welchem Weg wird dieses spannende Papier, das wir gerade weitgehend vertont zu uns nehmen dürften, denn veröffentlicht? Also ich kann das noch ein bisschen überarbeiten. Es sind ein paar Schreibenfehler noch drin. Schicks der Monitative und wenn er das gut befindet, habe ich auch nichts dagegen, wenn es auf die Webseite gesetzt wird. Ich nehme grundsätzlich keine Honorare, weil ich bereits bezahlt bin. Okay, dann haben wir diese Frage gehabt. Dann wäre als nächstes Georg dran und anschließend würde ich dann das Wort an Helge Polkert übergeben. Okay, was Neues, zweimal am Stück. Dann darf Helge sofort. Ja, Herr Priesemann, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben das ja sehr gelassen und ruhig vorgetragen. Und gestern gab es eine Diskussion und zwar von Europe Calling. Das war von den europäischen Grünen. Und einige, ich weiß nicht, ob Sie es auch mitbekommen haben, wünschen, dass Sie es erspart haben. Bitte? Ja, habe ich auch mir angehört. War streckenweise anstrengend. Ja, das kann man so sagen. Es war nicht nur anstrengend, sondern ich finde auch erschreckend. Also zunächst hatte der Sven Giegold eine wunderschöne gesagt, wie toll die EZB ist. Da hätte ich am liebsten Amen reingeschrieben in den Chat. Und dann waren Isabel Schnabel und Lars Feld, die in einen kritischen Dialog treten sollen. Und ach, liebe Isabel, ach, lieber Lars, das erinnerte dann eher an ZDF Herzkino. Und leider sprang diese Atmosphäre. Man kannte sich ja vom Sachverständigen, man hat sich ja gemütlich ein Abendessen und Diskussionen her. Was ich sagen will, ist, es war erschreckend. Es sollte eine Diskussion sein. Und es war im Grunde eine reine Legitimation der EZB-Politik. Man kann das ja für richtig halten. Aber es sollte ja eine Diskussion sein. Und wenigstens ein paar der Punkte, die Sie jetzt aufgebracht haben, zur Sprache kommen. Und das ist aber nicht passiert. Das heißt, wir haben hier ein gewisses Hotel zwischen politischen Parteien, Leuten, die sich als Markt- oder Orde-Liberal bezeichnen, es aber de facto überhaupt nicht sind in ihren Statements, und den deutschen Vertretern mittlerweile in der EZB und anderswo. Und insofern möchte ich Ihnen ganz herzlich, und auch der Monetative, ich kritisiere ja eigentlich lieber, aber ausnahmsweise möchte ich Ihnen sehr danken, dass Sie das gesagt haben und hier einen Kontrapunkt setzen. Das wollte ich nur mal ausgedrückt haben. Vielen Dank. Ich möchte aber gerne darauf reagieren. Also ich hoffe, es ist deutlich rübergekommen, dass ich ein überzeugter Europäer bin. Wir müssen mit Geduld und Ausdauer dieses Schiff demokratisieren. Punkt. Und zu der Diskussion gestern vielleicht doch noch ein Wort. Mich hat sie sehr inspiriert und auch belehrt. Selbstverständlich war da die große Harmonie. Am Schluss wurde es ein bisschen lebendig, und da kamen auch gute Ideen. Aber es war in der Tat nicht kontrovers. Das ist richtig. Und die Bitterkeit der Ungleichheit, die war auch relativ milde, sage ich mal, zur Sprache gekommen. Die ist schlichtweg bitter. Okay, wir verfahren weiter. Als nächstes hätten wir Mario Seiler und anschließend dann Josef Huber. Hallo, Herr Piesemann. Was für Gründe gibt es für das exterritoriale Gebiet, auf das die EZB steht? Ja, haben Sie da ein paar? Also, das ist eine interessante Frage. Die Exterritorialität der EZB beruht auf dem sogenannten Sitzabkommen zwischen der EZB und der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Sitzabkommen ist abgeschlossen worden, auch nach dem Modell eines Sitzabkommens der Bank für internationalen Zahlungsausgleich mit der Schweiz, in Basel. Und es besagt im Grunde, dass die EZB einen diplomatischen Status hat, dass ihre Archive unverletzlich sind, ihre Kommunikation unverletzlich sind. Und es gibt zudem auch noch Umsetzungen des Protokolls über die Befreiung und Vorrechte der europäischen Bediensteten und Mandatsträger. Dieses Sitzabkommen ist Standard. Auch die IOPA, das ist die Versicherungsaufsichtsbehörde in Frankfurt, hat ein derartiges Sitzabkommen. Was ich für, ich habe das angesprochen, weil ich mich da sehr eingesetzt habe in meiner aktiven Zeit, für sehr bedenklich halte, ist, dass die EZB eben auch die Anwendbarkeit deutschen Arbeits- und Sozialrechts auf ihrem Gebiet ausschließt und zugleich eben eigenes Arbeits- und Sozialrecht setzt und allerlei wilde Konstruktionen, möchte ich mal sagen, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kurzfristverträgen über Leiharbeit, die sie auch lange genutzt hat, eingesetzt hat. Das hat es damit auf sich. Ansonsten ist das im Grunde Standard. Wenn man weitergeht, die Bundesbank hat ebenfalls einen dicken Zaun und hat die Bundespolizei, wenn ich es recht sehe, als Wachschutz. Unverletzlichkeit der Räume ist im Grunde selbstverständlich was, wo ich die EZB wirklich loben muss. Sie öffnet ihre Archive ziemlich gut. Das ist letztlich eine europäische Regelung, öffentlicher Zugang zu den Dokumenten. Die bemüht sich um die Transparenz ihrer Entscheidung. Also die Extraterritorialität ist kein besonders besorgniserregender Zustand in meiner Sicht. Ja, es ist halt wettbewerbsverzerrend, also im Vergleich mit anderen Banken, oder? Naja, wettbewerbsverzerrend, die EZB steht ja nicht im Wettbewerb mit den privaten Banken. Sie ist gar nicht auf Gewinnerzielung angelegt. Sie kann sogar Verluste machen. Sie macht wahrscheinlich auch einige Verluste in den nächsten Jahren, würde ich prognostizieren. Das Problem sehe ich eher im Status ihrer Beschäftigten und in der Zusammenarbeit eventuell mit den Sicherheitsbehörden. Aber das ist wunderbar geregelt, soweit ich das sehe, von der Administration der EZB und den deutschen öffentlichen Sicherheitsorganen. Was man halt sehr schwer hineinbekommt, sind Inspektoren für Arbeitsschutz und dergleichen. Ich bin halt auch als Gewerkschafter da tätig gewesen. Da gab es ein paar Missstände. Okay, dann auch vielen Dank für diese Antwort. Wir sind als nächstes bei Josef. Ja, danke. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, denn sowohl Johannes Priesemann als auch Klaus Kavatsch schon angesprochen hat und der ja auch wirklich sehr zentral ist bei der Zentralbank, nämlich einmal die Unabhängigkeit von Weisungen durch die Regierung, die ich übrigens für unabdingbar halte. Ich glaube wirklich, dass wenn die Politik, die jeweilige Regierung das sehr stark bestimmen kann oder auch nur stark beeinflussen kann, gerade in einer klientelistischen Demokratie, das würde auch schief gehen müssen. Aber, wie ihr zu Recht gesagt habt, das große Problem ist die gleichzeitige Abhängigkeit de facto, die de facto gegebene funktionale Abhängigkeit zwischen Zentralbanken und Banken. Also es besteht ja da eine sehr enge Verquickung, um nicht zu sagen, intime Verflechtung sozusagen zwischen Zentralbank und Banken. Und wir als Leute, die für eine Vollgeldperspektive stehen, für eine Geldreform stehen, wir haben da ein großes Problem, weil wir eben eine Institution sozusagen ihre Funktionsbestimmung etwas ändern möchten. Aber die Zentralbanker, die wir haben, die können sich im Moment, ein Großteil von denen, kann sich im Moment das gar nicht anders vorstellen, als eben Bank der Banken zu sein. Während es die Vorstellung, dass die Zentralbank mal als Bank des Staates begonnen hat, also auch als Gläubiger, als Direkter Kreditgeber und Finanzieher von Regierungen, das liegt den heutigen Zentralbankern ja immer noch sehr, sehr ferne, obwohl da gerade durch die Politik des Quantitative Easing ja nun einiges ins Rutschen gekommen ist und dadurch auch Gesichtspunkte wie von der MMT, Modern Money Theory vorgebracht, da plötzlich zeitweise die Diskussion bestimmt haben. Ich sehe da eine gewisse, ich meine, ihr wisst ja, dass, also was mich persönlich angeht, ich ein erklärter Kritiker und auch Gegner der Modern Money Theory bin, aber es gibt einen Punkt, wo wir mit denen eine Gemeinsamkeit haben und das ist, dass wir ins Auge fassen, die Möglichkeiten direkter monetärer Beiträge zur Finanzierung von Staatsausgaben. Und das kann und soll ja nicht grenzenlos sein, aber es ist wirklich nicht einzusehen, warum eben der souverän den Umweg über Banken und andere Finanzinstitute gehen muss, um Lücken in der Finanzierung zu schließen. Also das ist ein Thema und ich meine, Vollgeld selber, je mehr also Zentralbankgeld wieder in Umlauf käme, kommen wir, was ja auch kommt, die Frage ist nur, in welchem Ausmaß. Das könnte dann schon dazu führen, dass, also einmal der Blick auf die Funktionen der Zentralbanken als Bank des Staates wieder zunimmt, neue Aspekte, neue Dimensionen hinzugewinnt und andererseits diese allzu enge Verquickung mit dem Bankensektor sich beginnt zu relativieren. Dann würde ich gerne noch etwas anderes sagen zum Thema Kreditlenkung. Also Johannes Priesemann hat gesagt, es scheint im Moment, es scheint eine echte Tendenz zu sein. Also Kreditlenkung ist historisch gesehen eigentlich nichts Neues, auch im Nachkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, noch ein, zwei Jahrzehnte durchaus sehr üblich. Mir scheint das Einfallstor im Moment zu sein, dass mit dem sogenannten Green Deal, also dass die Zentralbanken in ihrer Geldpolitik und in ihrer Offenmarktpolitik mehr auf ökologische Aspekte achten sollen. Und das könnte das Einfallstor sein. Also ich sehe das eigentlich grundsätzlich vorsichtig bis kritisch, dass also, wenn die Zentralbank wirklich Kreditlenkung betreibt, aber in einem gewissen grundlegenden Sinn, was die Unterscheidung angeht, zwischen Finanzierung von realwirtschaftlichen Aktivitäten zum einen, zum anderen aber Finanzierung von rein selbstbezüglichen Finanzmarktgeschäften, die direkt überhaupt nichts zur Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes und zur Entwicklung, also zur allgemeinen Produktivität beitragen. Ich denke, dass die Zentralbank schon im Sinne dieser Unterscheidung, also in erster Linie Finanzierung der Realwirtschaft im Auge haben müsste. Von daher fand ich eigentlich zum Beispiel die von Prisemann auch angesprochenen Teltro-Programme, also die ja wohl irgendeine Art Subventionierung schon. Also es ist eine, ich würde sagen, es ist eine vorteilhaftere Konditionalität als bei sonst bei Zentralbankkrediten. Das ist aber im Sinne einer Lenkung nicht schlecht, wenn man also praktisch Refinanzierung oder Finanzierung von realwirtschaftlichen Aktivitäten eine günstigere Konditionalität gibt, als eben diesen reinen Nicht-BIP-Finanz-Transaktionen, in der ja heute ein großer Teil des neu geschaffenen Geldes hineingeflossen ist. Also diese, ja. Ja, also soll ich darauf jetzt reagieren? Das waren unglaublich viele Punkte, Herr Professor Huber. Also ich stimme ein und überein und stimme auch wieder nicht überein. Für mich wird es hinsichtlich der Unabhängigkeit der Zentralbank durchaus fragwürdig, wenn man sie zentral und jetzt doppelt unterstrichen Bank nennt, wenn sie Geld verschenkt. Also ich stimme aber vollkommen damit überein, dass der Grundsatz beim Kredit ist, es kommt darauf an, was man mit dem Geld macht, in der Tat. Und wenn ich das richtig sehe, hat die Kreditlenkung nach dem Krieg wunderbar funktioniert. Ich habe aber den Verdacht, dass eine wissenschaftliche und Bürgerbeteiligung, also eine Stärkung der Legitimationsbasis und Informationsbasis der Entscheidungsträger, eine bessere Kreditlenkung der Zentralbank erzeugen würde, als wenn wir es bei der Auswahl der Entscheidungsträger und dem derzeitigen Personalstatut belassen. Das wären meine Reformvorschläge. Die Frage, ob man jetzt so weit geht wie die Modern Monetary Theory oder wie das, wie das, was vollgeht, das ist eine andere Frage aus meiner Sicht. Was wir sicherlich sehen werden, ist ein elektronisches Zentralbankgeld in der einen oder anderen Form. Und das ist überaus spannend und heikel. Sie wissen das, Herr Huber, im Prinzip würde ich sehr gerne zwischen Geld und Kredit klarer trennen. Wir müssten im Grunde für das Halten von Geld, und wie soll ich sagen, die Bereitstellungskosten, Bereitstellungszinsen zahlen. Das geht aber niemandem in den Kopf, der im Bewusstsein noch aus dem Münzwesen kommt. Taler, Taler, du musst wandern, ist ein Problem. Warum haben wir denn diesen Inflationsbias? Wir haben den Inflationsbias, Englisch, also diese Neigung und letztlich die Vorschrift sogar, dass die Zentralbank Inflation erzeugen muss, weil das Zurückhalten von Geld, Gesell hat das wunderbar beschrieben, letztlich eine Erpressung der armen Leute ist. Lohndrückerei, nichts anderes. Und dem kann man natürlich begegnen, indem man Negativzinsen auf Geld setzt. Insofern fände ich eine Kombination zwischen Vollgeld mit Negativzinsen und einem reinen Kreditsystem mit Kreditlenkung und Finanzintermediären eine elegante Lösung, weil es den Wachstumszwang beseitigen kann. Aber damit stehe ich komplett auch verloren im Posten. Ich bin halt Schüler von Dieter Suhr, ein genialer Jurist. Ja, vielen Dank, Dieter Suhr. War schön an meiner Uni in Augsburg lange. Ja, ja, genau. Insofern mit dieser kleinen persönlichen Anmerkung geht es weiter. Wir haben ziemlich viele Fragen, deswegen auch eine persönliche Anmerkung haben an alle. Bitte kurz fassen. Wir haben wirklich noch bestimmt fünf jetzt an dem Stück und dann geht es direkt weiter mit Franz. Okay, dann fasse ich mich kurz und komme zum Wesentlichen. Also ich halte die Unabhängigkeit für eine Fiktion. Unabhängigkeit gibt es nicht. Wenn ich in einem gesellschaftlichen Verband bin und da schließe ich die Zentralbank mal nicht aus, gibt es eigentlich nur Abhängigkeiten. Aber gut, es wundert mich, dass der Begriff selber überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Er müsste es. Ich bestätige Helge mit seinem Eindruck von gestern Abend. Also ich fand, das war irgendwo ungeheuer enttäuschend. Und vor allen Dingen Frau Schnabel, die spielte eine Rolle, die mir sehr, sehr kritikwürdig erscheint. Ich habe den Eindruck, man verschanzt sich hinter diesem Mandat und macht sich damit im Grunde unangreifbar. Also ich habe nicht den Eindruck, dass mit dieser Art von Kommunikationsstrategie, die da die EZB nun führen will, möglich ist, wirklich die Bevölkerung zu erreichen. Ja, dann, in meinen Augen steht die Zentralbank ganz klar für Interessen, Wahrnehmung der Interessen des Privatkapitals. Ich erinnere daran, dass zum Beispiel in der Finanzkrise fand die Bankenrettung statt mit Billiarden. Zentralbankgeldern wurden die Banken gerettet. Und was geschah mit den Bevölkerungen in den südeuropäischen Staaten? Sie wurden in Austeritätsprogrammen ausgesetzt, Verarmungsprozesse wurden damit eingeleitet. Und bis heute leidet die griechische Bevölkerung darunter und steht noch bis 2022 unter der Aufsicht, dass die Kredite auch zurückbezahlt werden. Also das ist für mich so eindeutig. Und ja, ich sehe für die Zukunft eigentlich folgenden Prozesse ablaufen. Es wird eher zu einer Art Integration kommen zwischen Zentralbank und dem privaten Kapital, weil wir ja mittlerweile wohl alle begriffen haben, es gibt nur eine Logik, die eigentlich alles bestimmt. Das ist die Verwertungslogik des Marktes. Und dieser kann sich auch die Zentralbank nicht entziehen. Ich glaube, dass die Konfrontationsstellung zwischen Zentralbankgeld und Giralgeld einfach an Bedeutung verlieren wird. Und dass eine andere Konstellation sich ergibt, die auf die Geldfunktionen gerichtet ist, nämlich einmal Geld als Finanzierungsmittel und dann Geld als Konsuminstrument. Und dass hier eine Aufgabenteilung stattfinden wird zwischen eben Zentralbank und dem Kapital. Wo ungern ich spannende Ausführungen unterbreche. Ich würde vorschlagen, wenn es noch eine kurze Frage an unseren Experten gibt, dann gerne. Ich bin am Ende, ja. Ich weiß aber noch, ich werde noch einen Begriff, möchte ich gerne reinwerfen, der sogenannten Gouvernementalité. Er kommt aus dem Französischen. Dahinter steht Foucault. Wer sich dafür mal interessiert, soll unter dem Begriff mal nachgucken. Das war es. Danke. Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Petra. Und noch mal ganz kurzer Hinweis. Zeit ist relativ. Trotzdem die Fragen vielleicht wirklich kurz fassen. Auch wenn es viele spannende Wortmeldungen und Austäusche mit sich ergibt. Die kann man aber auch anderwo vielleicht noch führen als gemeinsam. Petra. Ja, ja, hallo. Trotzdem danke für diesen interessanten Vortrag. Ich versuche, meine Frage kurz zu halten. Also wir hatten es ja jetzt öfter schon, Unabhängigkeit von den Geschäftsbanken, Bank der Geschäftsbanken, ja, und letzte Finanzkrise, also nur so als Stichwort, worauf ich raus will. Hat die EZB irgendwas gelernt? Was ist denn die Prognose, mit der wahrscheinlich nicht in allzu langer Zeit nächsten Finanzkrise, wird sich im Handling dieser Krise irgendwas ändern? Oder wird es wieder genauso ablaufen wie beim letzten Mal? Also, ich bin nicht die EZB. Was mich enttäuscht, ist, dass man auf Stimmen wie die von Martin Hellwig schlichtweg nicht hinreichend hört. Die Banken sind nicht ausreichend kapitalisiert in meiner Sicht. Und die Bankaufsichtsregeln sind, ich sage es mal gelinde, schwer administrabel. Ich habe es im Vortrag löcherig genannt und komplex. Insofern wünsche ich der Aufsicht viel Erfolg. Man kann Bankzusammenbrüche sehr, sehr schwer nur vorhersagen, krisenschwer vorhersagen. Was Europa sicher gelernt hat, ist, wir brauchen Sicherungsnetze. Die BürgerInnen werden das nicht noch einmal akzeptieren wollen, zur Kasse gebeten zu werden und letztlich die AktionärInnen und Aktionäre ungeschoren davon kommen zu lassen. Also gelernt hat, das müssen auch die BürgerInnen lernen, hat Europa insofern etwas, alles, was über 100.000 Euro auf einem Einzelkonto ist, das kann durchaus weg sein. Und mit einer Inflationsrate von 2% pro Jahr sind das in 10 Jahren nur noch 82.000 Euro. Wenn die Inflationen 3% sind, kann man bei der Bundesbank nachgucken. Ich bin mathematisch schwach, dass das eben noch weniger sein wird. Diese Grenzen sind nicht dynamisiert. Das ist auch nicht korrekt, aber das ist nur ein Detail. Also gelernt hat die EZB sicher was. Sie hat großartige Gremien, European Systemic Risk Board und die Aufsichtsanforderungen sind auch erhöht worden. Das kann man nicht in Abrede stellen, aber wir sind sie nicht streng genug. Wir haben auch eine komplett überdrehte Konsumfinanzierung. Was soll der Quatsch, bitteschön? Wir sehen in der Pandemie, dass man auch so leben kann, ohne Nachbarnhocker zu fliegen. Und unter Umständen ohne Pandemie wäre es sogar schöner, mal mit den Nachbarn zu sprechen. Das ist geradezu revolutionär. Das ist eine etwas vage Antwort. Ich kann nicht sagen, was die EZB gelernt hat. Die EZB kann nichts lernen. Es sind immer nur Menschen, die was lernen. Dann, vielen Dank dafür. Wir haben aktuell vier Wortmeldungen. Ich glaube, das könnte dann auch zu einem guten Abschluss führen, dieser extrem spannenden Diskussion, die wir heute wahrscheinlich auch nicht zu Ende führen werden können. Trotzdem versuchen wir es mit den nächsten Fragen. Klaus als nächstes, dann hätten wir Marius, dann Georg und zum Abschluss wäre dann der Bass, die noch an der Reihe ist. Ich habe Zeit, um das mal klarzustellen. Dann schauen wir, was noch passiert. Klaus? Ja, es kam ja im Vortrag auch vor, der Punkt Digitalisierung. Und da wäre jetzt meine Frage, Zentralbanken sind ja mal so entstanden. Es gab dann, es gab verschiedene Banken, die haben Banknoten gedrückt. Und irgendwann hat man dann gesagt, okay, nur die Zentralbank darf das noch machen. Die anderen privaten Gelder, Banknoten wurden verboten. Und dann war eben noch die Zentralbank übrig. Heute gibt es eine neue technische Entwicklung, nämlich die hin zu kryptografisch verschlüsselten Geld, das ohne Banken zirkulieren kann. Und da stellt sich eben die Frage heute, ja, wie geht die Zentralbank damit um? Werden die jetzt alle erst mal zugelassen und dann irgendwann auch wieder analog zur Geschichte durch ein einheitliches digitales Zentralbankgeld ersetzt? Oder kann man nicht gleich sagen, okay, es gibt nur eben digitales Zentralbankgeld und kein privates, dass man versucht, diese Entwicklung gleich zu unterbinden. Wie ist da die Meinung? Also das ist eines der Themen, die sehr lange diskutiert werden. Die EZB hat, ich habe das auch erwähnt, ein Projekt, einen digitalen Euro zu schaffen. Hat da eine Konsultation und gerade vorgestern die Ergebnisse der Konsultation veröffentlicht. Da haben viele Leute, insbesondere aus Deutschland, ihre Meinung äußern können. die Vorschrift, dass es nur ein Zentralbankgeld geben wird, halte ich für, ja, wie soll ich sagen, zu restruktiv. ich halte es für durchaus legitim, dass es auch private Angebote von Währungen gibt, aber ich würde, oder Währung ist der falsche Begriff, private Angebote von Zahlungsmitteln. Aber diese dürfen nicht staatlich garantiert sein. Es ist nicht in der Macht der Zentralbank, irgendwelche Währungen oder private Gelder zu verbieten. Das macht in Europa der europäische Gesetzgeber. Die Entwicklung, die ich dort erwarte, habe ich versucht kurz anzusprechen. Die Projekte wie Libra, Diem und auch das bereits existierte, Bitcoin und die Kryptowährung, Kryptoassets, sollen in einer Regulierung, im Rahmen der Markets for Assets in Kryptoassets, Markets for Cryptoassets reguliert werden, die meines Erachtens eventuell eine weitere Verwicklung des Steuerzahlers in Garantien mit sich bringen kann, parallel zu der Verwicklung für die Rettung der Banken. Je mehr man diese privaten Angebote durch Regulation sanktioniert, desto mehr werden die Leute das auch nutzen. Im Vertrauen, das ist ja staatlich genehmigt. Ich würde als Staat dieses laufen lassen und eine sichere, gut funktionierende, klare Währung emittieren. Damit steche ich doch alle windigen und nicht so windigen Anbieter aus. Ich bin auch der Auffassung, dass der Staat eine viel bessere Politik fährt, wenn er, wie es in der Bundesrepublik zumindest der Fall war, das Angebot bietet, in Staatspapieren sparen zu können, kostenlos. Wir hatten eine Bundeswehr Papierverwaltung. Dann kann man sich unter Umständen die Einlagensicherung sparen, die sehr kostenaufwendig und kompliziert ist. die Einlagensicherung schafft unendlich viele Risiken und Kosten für die Allgemeinheit. Es ist der mündige Bürger, der diese Produkte, wenn er sie denn haben will, als bester kontrollieren kann. Das ist ein Mythos, dass die Banken nicht in der Lage sind, diese Informationsasymmetrie zu überwinden, die existiert. Eine ehrliche Bank kann sagen, an wen sie die Kredite vergibt. Da gibt es Banken am Markt und wer überschüssiges Geld hat und kein Risiko eingehen will, der kann beim Staat sparen. So würde ich das organisieren. Also wie gesagt, diese ganzen Krypto-Geschichten kommen nach Willen der Europäischen Kommission und der Digitalisierer unter eine gewisse Regulierung, kriegen damit ein öffentliches Siegel und dieses öffentliche Siegel wird für die Öffentlichkeit teuer und das ist dasselbe Spiel, ich sag mal, ich fesse jetzt nur Franz, da hast du vollkommen recht, das ist Plünderei. Die Gewinne privatisieren und die Verluste sozialisieren. Okay, wir gehen zu Marius. Ja, vielen Dank und vielen Dank auch an Herrn Briechemann für diesen ausführlichen Vortrag, für die vielen detaillierten Informationen, auch hoch interessant. Ich würde sehr gerne nochmal zurückkommen auf das Kernthema dieser Veranstaltung, passt die Unabhängigkeit noch? Und warum? Weil mir hat sich direkt die Frage gestellt, hat die jemals gepasst? Hat die denn jemals gepasst? Wie kam es zu dieser Unabhängigkeit? Herr Briechemann, das Titel Ihres Buchs mit Herrn Neibel lautet Das Geld gehört uns allen. Prima. Nur die Institutionen, die dafür verantwortlich oder die unser Geld kontrollieren, entzieht sich unserem Einfluss. Das ist ja schon mal eine interessante Konstellation, sag ich mal. Ja, prima, es gibt einen Grund dazu. Man wollte sich gegen den Missbrauch für Staatsfinanzierung entziehen. Aber könnte es nicht auch sein, dass es lediglich ein Scheinargument war, mit dem man sich dem Einfluss des Souveräns, also dem Volk, entzogen hat? Sie erwähnten es, ja, die EZB oder das Besser das Eurosystem hat hat sich sozusagen dem Einfluss der Politik entzogen, aber womöglich oder sehr wahrscheinlich nicht dem Einfluss der Finanzwelt. Sie sprachen es an, Mario Draghi, ich glaube, er ist immer noch Teil der Group of 30, der Group der 30. Also, es gab in den letzten Jahren immer wieder Hinweise, dass die Finanzwelt der EZB näher ist, als die Bürger sind, also denen, denen das Geld eigentlich gehört. Darf ich kurz darauf antworten? Ja, sehr gerne. Ich meine, dass ich da deutliche Worte gefunden habe. Ich habe in meinem Statement gesagt, dass dieses Narrativ darauf beruht, dass man den Politiker innen nicht zutraut, dass sie Staatslenker innen sind. Das bedeutet aber doch zugleich, dass man auch keinem anderen vertrauen kann. Das heißt, wenn wir den Politikern nicht vertrauen können, wem können wir dann überhaupt vertrauen? naja, gut, genau. Übereinstimmung. Das war für mich explizit, das antwortet letztlich auch auf den Kommentar von Franz. Sokrates hat es mal so formuliert. Reichtum kommt von Tugend und nicht Tugend von Reichtum. Das heißt, wenn es uns dreckig geht, müssen wir tugendhafte Politikerinnen haben. Punkt. Und wenn wir uns Durchstechereien erlauben, ich verstehe es tatsächlich bei manchen Politikern in unserem Lande nicht, wieso die nicht gefeuert sind. Was haben wir für eine Indolenz entwickelt? Heißt das richtig? Indolenz? Eine Duldsamkeit. Unfassbar. Das teilen vermutlich viele, wie ich an einigen Nicken hier sehe in der Runde. damit dann auch zur Frage von Georg. Ja, hallo, grüß Gott. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, bei so viel Fachkompetenz kommen wir zu Läpper. Ich habe eigentlich die einfache Frage, wie kommen die Entscheidungsträger in der EU, also in der EZB zu ihrem Job? Wer entscheidet es? Wer beruft sie? Wer kann sie abberufen? das war meine Frage? Sehr gute Frage. Das ist in dem Vertrag ausdrücklich geregelt. Es steht in unserem Büchelchen da auch ein paar Vorschläge für, wenn man das besser machen könnte. Es müssen Persönlichkeiten mit Erfahrung im Finanzsektor sein. Ausgewählt werden sie im Endeffekt von den Regierungen und müssen sich im Parlament vorstellen. Sie müssen einen sauberen Lebenslauf und Erfahrung im Finanzsektor haben. Die Probleme abberufen, die Frage ist durchaus legitim, abberufen können sie so gut wie gar nicht werden. Die Unabhängigkeit bestimmt, dass sie ein Mandat von acht Jahren haben. Für die EZB, das sind die sechs Direktoriums Mitglieder bei den nationalen Zentralbanken, schwankt die Mandatszeit der Gouverneure in Italien war die teilweise lebenslang, also bis zum Tod, das hat man glaube ich geändert. Abberufen können sie nicht werden, weil das die Unabhängigkeit gefährden würde, was aber kaum richtig hart geregelt ist, ist die Rückkehr in den Finanzsektor, viele kommen aus dem Finanzsektor oder aus der Wissenschaft, Frau Schnabel, die ich im Übrigen sehr überzeugend fand, was die Position der EZB selbst anbetrifft, sehr schöne Slides gezeigt hat, die waren hervorragend von mir und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgearbeitet, die haben mir gut gefallen, hat die Sachen auf den Punkt gebracht, fand ich, nicht so schlecht, ehrlich gesagt, da bin ich etwas positiver oder erheblich positiver als manche Kommentatoren, also die ist ein gutes Beispiel, ist eine Frau aus der Wissenschaft, das Europaparlament hat versucht, einen Direktoriumsmitglied abzulehnen, wegen Übergewichtigkeit der Männerquote, das ist misslungen, also die Frage ist vollkommen berechtigt, wir schlagen vor, wenn ich das richtig in Errung habe, in unserem Buch, dass man öffentliche Ausschreibungen macht und Bewerbungen und Anhörungen tatsächlich der Personen, die nicht vorbereitet werden von irgendwelchen Briefings, die sie nicht selber vorbereitet haben. Ja, vielen Dank für die Antwort, ich würde da gern kurz noch einklinken, weil ich die Frage nach der organisationalen Zusammenstellung auf der EZB extrem spannend finde, mir persönlich kommt die immer ein bisschen zu kurz, denn Grau ist ja aller Theorie und man kann viel über Mandate etc. der EZB sprechen, aber ich glaube, wie es letztlich strukturiert ist, ist extrem spannend. Ich habe dazu selber tatsächlich einen Vorschlag, den ich jetzt aber gar nicht groß skizzieren möchte, ich möchte es mal allgemein halten und fragen, lässt sich das Konzept deiner Zentralbank, gibt es überhaupt dezentralisierte Elemente Entscheidungsstrukturen zumindest bei der Besetzung gewisser Posten extrem wichtig, nur dann gibt es eine gewisse Repräsentanz, weil auch der Vorschlag, den Sie gerade genannt haben, wenn es öffentliche Ausschreibungen gibt, wer nimmt denn jetzt aus Kassel und aus Kiel an so einer öffentlichen Ausschreibung teil und verfolgt diese, wenn das nicht in kleineren, dezentralen, vielleicht auch regionaleren Rahmen stattfindet und sich dann nach oben durchzieht. Das wäre meine Frage, gibt es da dezentrale Elemente, die Sie sehen oder bricht das überhaupt grundsätzlich mit dem Konzept Zentralbank und ist gar nicht vereinbar. Habe ich das richtig verstanden, dass man sozusagen eine ganz große öffentliche Ausschreibung macht, die dann, wo praktisch dezentral gewählt wird, du wärst gut für die Zentralbank und dann auf der nächsten Ebene und nächsten Ebene und so weiter, bis man oben in der Zentrale ankommt. Vielleicht skiziere ich meinen Vorschlag doch ganz kurz, ich versuche mal ganz kurz zu fassen, das geht ein bisschen in Richtung Dezentralbanken. Warum nicht auf Wahlkreisebene, das Konstrukt gibt es schon, genossenschaftliche Dezentralbanken einführen, jeder hat die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen, aber nur Privatpersonen, keine juristischen. Diese Wahlkreise Dezentralbanken, genossenschaftlich, wählen Abgeordnete und dann gibt es eine Art zusätzlichen Europa, EZB oder dann Zentralbankenrat, das muss natürlich deutlich weiter ausformuliert werden noch und der ist auch deutlich besser abberufbar, hätte dann aber eine demokratische, regionale Komponente und auch vielleicht Zeitverankerung. Deutlich mehr Interesse vielleicht, als wenn es öffentliche, nationale Ausschreibungen wären, aber das ist eine nicht ausgreifte Idee. Ist aus meiner Sicht ein interessanter, überdenkenswerter Vorschlag. Ich bin auch ein großer Freund der Regionalwährung beispielsweise, wo die Bürger letztlich ihr Geld selber im Kleinen zirkulieren lassen. Teilweise wieder beim Chiengauer mit der von mir befürworteten dem Morage. Dem steht im Prinzip nichts entgegen in einer freiheitlichen Ordnung. Ich habe jetzt im Kopf gehabt, wir behalten so ein großes zentrales Organ bei. Das ist natürlich grundsätzlich eine gute Frage, auch im Hinblick auf Demokratisierung. Spannende Idee, allerdings springt das, glaube ich, jetzt den Rahmen. Das ist definitiv, das ist auch nur ein Exkurs. Das hat er auch mit dem Konzept der Monetative per se, kann das ja auch Hand in Hand gehen, wenn man das trotzdem dezentralisieren könnte. Das war die Frage. Dann haben wir noch eine Frage von Basti. Sollte sich noch ein Teilnehmer finden? Gerne. Ansonsten, Basti, hättest du unsere letzte Frage für heute. Okay, vielen Dank. Und zwar Ich habe dich kurzfristig stumm geschaltet und das war ein Versehen. Jetzt? Kann man mich hören? Ja. Vielen Dank. Ja, also ich habe nochmal eine Frage zur direkten Staatsfinanzierung und also mir ist es bewusst, also dass es Länder gibt, wo es die Möglichkeit gibt, dass die Zentralbank direkten Kredit gibt und dass das jetzt auch nicht dann irgendwie zu fürchterlichen Inflationsraten führt. Ich habe jetzt, also ich bin da jetzt deswegen auch gar nicht so vollkommen dagegen. Ich habe jetzt trotzdem die Frage zur konkreten Situation, ist es nicht so, dass wir de facto schon längst eine direkte Staatsfinanzierung haben, weil die Geschäftsbanken kaufen also Anleihen vom Staat an Primärmarkt auf, haben die dann vielleicht zehn Tage auf ihrer Bilanz und verkaufen sie dann ans Eurosystem weiter. Und es ist, also insbesondere in der Euro-Krise hat man das ja gesehen, also warum haben denn auf einmal, warum haben die Märkte auf einmal wieder von den einschlägigen Staaten Anleihen gekauft, weil sie wussten, dass sie sie an die Zentralbank weiterverkaufen können. Also das war der einzigste Grund, also das ist ja auch die Argumentation der Kläger jetzt, dass es de facto so ist, dass wir schon längst eine direkte Staatsfinanzierung haben durch die Zentralbank. Wie stehen Sie denn dazu? Ich meine, dass ich das auch angesprochen habe, dieses Zwang der öffentlichen Stellen sich dem Test des Marktes, also des Primärmarktes in ihren Emissionen für Wertpapiere und Staatsanleihen zu stellen, wird natürlich durch das Ankaufsprogramm, die Ankaufsprogramme der EZB, der Zwang wird dadurch, der Test des Marktes wird dadurch beeinflusst und das Ausmaß dieser Beeinflussung war genau Gegenstand dieser Kontroverse zwischen dem EuGH und dem Bundesverfassungsgericht. De facto, wenn die EZB im großen Umfang Staatsanleihen kauft, wirkt das natürlich auf die Kurse der Staatsanleihen und die Refinanzierungsmöglichkeiten dieser Staaten zurück. Die Euro-Trische Zentralbank hat einen Präsidenten gehabt, der gesagt hat, We will do whatever it takes to hold this Euro together and I assure you we can do a lot. Also wir werden alles machen, was notwendig ist und das ist eine ganze Menge, was wir tun können. Das ist absolut richtig und ist meines Erachtens auch zielführend, solange man dieses System hat und dieses System hat seine Vorzüge, hat aber auch seine Risiken und Schwachstellen ist keine direkte, aber eine nahezu direkte Staatsfinanzierung, wenn Sie das so wollen. Muss man sich die Umfänge der Käufe anschauen und dergleichen und wenn da Zweifel dran aufkommen, dann kommt die berühmte Heterogenität oder die nicht optimale Zusammensetzung unserer unseres Währungsgebiets wieder zum Vorschein. Danke. Ja, Herr Priesemann, dann erstmal vielen, vielen Dank für die extrem spannenden Ausführungen. Wir hoffen, dass wir schriftlicher Form das auch noch veröffentlichen können im Nachgang dann bei uns auf dem Blog unter monetative.de. Das letzte Wort gebührt natürlich Ihnen und ich hoffe, dass Sie auf lange Sicht recht behalten und das Geld dann wirklich uns allen gehört. Kann ich noch zwei kurze Fragen stellen? Von mir aus gerne. Von mir aus auch gerne. Ja, erstmal, es ist ja letzten Endes der Lissabon-Vertrag, der alles regelt, was die EZB betrifft, insbesondere auch die Ausschaltung der Staaten als souverän, monetärer souverän über den Artikel 123. Mit einer kleinen Ausnahme, Artikel 2 sagt ja, dass Staaten, die eine private Geschäftsbank besitzen, wie Belgien, die Belftius Bank, dann auch quasi davon profitieren können. Dann müsste also, wenn man was verändern will, alles über diesen europäischen Staatsvertrag gehen, schätze ich. und die zweite Zusatzfrage wird die Tatsache, dass morgen ja wahrscheinlich in Deutschland dieses Erlassungsgesetz durchgewunken wird, daran etwas ändern? Also das zur zweiten Frage müssen Sie mir auf die Sprünge helfen. Zur ersten Frage gebe ich Ihnen vollkommen recht, Änderungen an dem Status Quo der Währungsordnung sind in Europa allein dem sogenannten Primär Gesetzgeber und das sind alle Mitgliedstaaten der EU vorbehalten. Das heißt, der Vertrag von Lissabon und alle Vorgängerverträge, das sind schwer aushandelbare und schwer verhandelte europäische Integrationsinstrumente. und da diese Pakete schnürt man nicht sehr gerne auf, weil das zu endlosen Gezerre und Diskussionen führt. Das ist in der Tat, wie Sie sagen, ein Sonderfall monetärer Insouveränität, die wir hier in Europa haben. Der Euro ist de facto einerseits wie eine Fremdwährung für jeden Mitglied. Ein privates Geld. Nein, er ist kein privates Geld. Er ist kein privates Geld. Er ist Geld der Europäischen Union in ihrer Untergliederung Eurogebiet. Es ist kein privates Geld. Es gibt einige Zentralbanken, die als Aktiengesellschaften organisiert waren oder sind und wo auch noch private Aktionäre beteiligt sind. Absolut richtig. Das ist aus der Historie dieser Zentralbanken der Fall. Aber die Bundesbank beispielsweise steht im Eigentum des Bundes und damit gehört das Geld, das sie imitiert uns allen und ich bin der Auffassung, das sollte auch für alle Bürgerinnen und Bürger der EU und des Euro-Währungsgebiets so gelten. Diese Konstruktion, die wir haben, die ist hoch speziell in der Tat. Aber was war Ihre zweite Frage? Aber nur noch kurz, aber geschöpft wird alles Geld ja von den privaten Geschäftsbanken. Nicht alles, nicht alles. Ja, wie auf die Münzen quasi. die Reserven sind auch noch ganz schön massiv. Okay. Ja, die zweite Frage betrifft das Gesetz, das morgen im Bundestag durchgewunken werden wird, über die zusätzlichen Befugnisse, die die Exekutive bekommen werden. Das wandert schnurstracks in eine mögliche quasi Diktatur. Und da frage ich mich, dann ist das Monetäre letzten Endes auch in der Hand dieser Leute. Bin ich das richtig? Also ich habe mich mit dem Infektionsschutzgesetz und den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nur als treuer Bürger befasst. Und gesagt, wenn ihr meint, dass das alles notwendig ist, dann tut das. Eines Tages erwarte ich, dass dieser Ausnahmezustand beendet ist. Und wenn der nicht beendet wird, habe ich das Recht zum Widerstand, notfalls mit Gewalt. Also wenn das nicht beendet wird, ohne triftigen Grund natürlich. Wenn wir noch weiter eine fürchterliche Pandemie wüten haben, dann gibt es Ausnahmezustand zum Schutz von Leben und Gesundheit. So verstehe ich das Spiel. Dies ist ein weites, weites Feld. Diskutiert, glaube ich, jede Familie und jeder Freundeskreis um die Rechtfertigung von Maßnahmen und ob das alles richtig und zielführend ist und wir haben auch dummerweise offensichtlich Skandale, die die Glaubwürdigkeit unserer Politik unterminieren und das ist bitter. Klare und differenzierte Aussage zugleich, würde ich sagen, ist ein ganz eigenes Thema für sich, auch wenn mit Sicherheit diskussionswürdig. Dennoch vielen, vielen Dank. Wir haben heute über die Unabhängigkeit der EZB gesprochen. Ich würde Ihnen, Herrn Friesemann, das letzte Wort überlassen und bedanke mich auch noch mal ganz herzlich im Namen des Monitativ-EVs und wir werden es wie gesagt dann veröffentlichen. Ja, das letzte Wort ist, dass ich hoffe, dass das überhaupt veröffentlichenswürdig ist. Ich bin immer sehr im Zweifel, ob man sich in derartiger Form in die Öffentlichkeit bewegen sollte. Mein Lebensthema ist in der Tat zweierlei. Einerseits, wie wir die Natur behandeln und da bin ich beeindruckt einfach durch den Club of Rome und das andere Thema ist, wie wir Menschen einander behandeln. Das, was mich inspiriert zu meiner Arbeit und zu derartigen Wagnissen wie heute Abend, ist etwas, was ein Philosoph wie Nikolai Hartmann mal als Fernstenliebe beschrieben hat. Er hat in seiner Ethik gesagt, wir Menschen müssten alle politisch sein, wenn wir uns unseres Menschseins voll bewusst sind und das heißt Fernstenliebe betreiben. Fernstenliebe heißt die Liebe zum ungeborenen, künftigen Leben auf diesem Planeten. Ich bin in der glücklichen Lage, ein Großvater zu sein und ich wünsche meinem Enkel eine lebenswerte Welt, die nicht mit irgendwelchen Tralala verkifftet ist und weil wir gerade mal Lust und Spaß haben, nach Malokka zu fliegen und als Konsumidioten verformt sind, nicht mehr lebenswert ist. Aber ich bin guter Dinge, wir haben auch tolle Diskussionen und ich hoffe, das war eine tolle Diskussion. Das war eine tolle Diskussion, absolut. In diesem Sinne beende ich die Aufnahme. Vielen Dank und einen schönen Abend.